Musik 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 Hallöchen beim Freunde fürs Leben Bartok. Wir sind jetzt angelangt bei Gesichtsgymnastik. Und daran darf sich jetzt die Munde Hanselmann versuchen. Jetzt pass auf. Schau mal traurig. Entschuldigung. Es wird schon mal nichts. In dem Moment, wo ich denke, ich soll jetzt traurig gucken, wird es natürlich... Ja. Okay. Ganz schön traurig. Glücklich? Du musst dich erst immer so reinlachen ins Gesicht. Ich muss mich immer so reinlachen. Ich bin mit so Sachen komisch. Du kannst auch erst entspannen. Ja, aber wenn du dann so guckst, muss ich erst recht lachen. Das ist extrem unfair, ich weiß. Okay. So. Achso, glücklich war, ne? Aber ich lache die ganze Zeit. Ja, voll. Bin glücklich, glaube ich. Wütend. Wütend. Ja. Erschöpft. Erregt. Und... Freudig erregt. Freudig erregt. Ahaha. 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 Äh... Skeptisch? Und... Und... Zum Schluss noch... Nachdenklich. Okay. Okay. Herzlichen Dank. Danke. Ich weiß nicht, ob das das war, was ihr euch vorgestellt habt, aber... Ja, genau so. Ah... Ja, ja. Ne? Ne, ich krieg ja sowas Lachkrämpfe. Ist so... Das finde ich sehr sympathisch. Traurig... Danke. Böing. Drei... Dovaste. Er Nummernö soften dasselinen Renn … Ja, ja. Jetzt nie nadful viel Many Для.